Was machen wir? Oh, das ist ja mal ganz andere. Da haben wir bisher nie gute Erfahrungen gemacht. Oder selten. Aber durch die Wüste da im Oven... Was ist denn, wenn wir in der City landen? Was ist denn, wenn wir hier landen, bei Blau? Da ist kein Weid und Weid kein Shop hinterher. No Shop, Shop. Oder hier. No Shop. Oder bei Gelb. Der neue blaue Marker. Blau ist auch gut. Blau bei der Tanke können wir landen. Da ist immer extrem viel Loot drin. Da gehen bestimmt einige hin. Auf der Tanke, die wir landen. Da ist extrem viel Loot. Dann lass doch auf dem Haus gelanden. Dann haben wir jetzt eine hohe Position. Können wir looten? Ja. Geh auf das Arne wegholen. Eine Kiste hier oben drauf. Ich. Stopp. Ich hab auch keine Meldung bekommen, dass wir Gegner landen. Ich hab ne Drohne. Mach mal an. Ja, mach mal an. Mach mal an. Mach mal an. Ein Nutzer. Ja. Ich schneiden die Meldung zusammen. Ich schneiden die Meldung zusammen. Und dann weiter. Hier ist es ja. 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 Hier hinten bei dem Safe-Kack-Auftrag. Ja. Ich hab schon 10.000 gefunden. Ich hab schon 10.000 gefunden. Ich hab ja perfekt. Oh, der verlässt das Einsatzgebild. Ja. Oh, gut. Wollen wir den ins. Versinden die da in dem Haus. Aber bewegen wir uns noch mehr vom Shop weg, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Geld zusammen haben. Nein, bin ich so. Na, du hast schnell mit dem Geld. Ja, das wichtig. Da. Ja, hinter uns. So. Das ist das Tee von Ikarus. Den ganzen Kirschens. Mal irgendwie. Ich könnte halt die Kinder zu haben. Das ist schon fast fast ein Drop haben wir schon, aber. 15.7. Ja, dann erst mal einen Drop ich dann. Ich hab sowieso nichts hier. Ist unten der Shop? Da ist der Shop bei mir? Ne. Genau. Da ist mein Ding. nope die schnell holen und dann judy hier ist ein feindlicher safe wenn man nicht so weit weg quasi beziehungsweise jetzt eine tasche übersehen klasse 800 klaster schlägt hier neben uns ein schon hier hinten sind noch mehr hier blauer marker ränder links weiter genau da hatte ich schon beschossen hinter den garagen ich gehe mal gut erläutert live marken ohne drohne zum shop links von anderen seiten habt keine platten mehr ohne kommt achte lieber hat jemand noch platten ja doch unbedingt platten gibt die recht wir sind wir sind zwölf die wollen hier alle zum shop deswegen ist doch mal an bei uns der wurde gerade geholt die sind jetzt über der ist in der luft oder naja der ist in der luft warte legst du hier trocken ne ne der ist nicht ich bin hier schon ist das ok da ist denn der ist hier in dem haus oder und in dem links da beim werbeschild markiert irgendwie nicht obwohl da zwei leute achso die fighten sich gerade down ja ich leg ab auch was hier alles ich hab den typen downer ich kann den leider nicht finischen gehen ne ne ist hier in der close beim grünen marker jetzt ist es bei mir komplett vorbei mit AR einmal hätte ich noch warte 130 ich hab ganz viel noch warte kommt aber dann auf jeden fall ja da müh ah die sind hier schon also wo bist du denn wo unten oder oben hier liegt ganz ne menge es hat keine platten mehr könig könig platten haben wir noch ein paar lege mal ab bitte paar abscheidplatten hier sind so viele die snipen und alles wir müssen hier so aufpassen nicht aufs dach am besten müssen jetzt der hegel der tank hat das auto voll am schatten mal danke irgendwas hier naja hier oben drauf ist auch hier warte mal ist der andere würde ich ja gerne gehen aus dem haus das große haben wir erst mal so ein bisschen die den fokus von auf uns verloren aber die alles im schöpfer das schießt so unten und da hinten verhalten sie sich gerade da vorne ist er schon hier ist der aussprung hier unten noch einer one shot er ist tot von der anderen seite geworfen äh beschossen mhm hab dir noch einer los damit anschließend gibt es ein paar hm stimmt ah ist das das war gut noch mal gettet tot naja meine muni geht langsam zu neige naja genau das ist das problem hier liegt auch nischt ich geh mal runter an die tanke naja wir kommen halt nicht richtig von naja ach so ok hier rennt wieder einer oder wenn ich mal guckt da oben das sniper und der dropplicht hier links schöne häuser kommt hier mal runter mal runter rüber gehen wo der grüne mager ist ins hotel oh da sind die auf jeden fall da sind sie da sind sie da ist links ist jener der läuft hier gar nicht da hat den aus oh der ist da und ist wunderbar den können wir da rein oder plus punkte wurde der bescheuert beschossen er wurde da ist die meiner hinterher gerannt ja der ist jetzt in dem haus da hier sind es eigentlich auch welche hier oben und dann sieht man die munition aus er wird zum drop glaube ich hier in der tanke ist auch nichts mehr drin dass der shop hier ist und die zwangsläufige wahrscheinlich abkommen ja aber wenn die munition aussieht ist halt scheiße hier ist er ich glaube jetzt liegt nur noch unser drop übungs da wir haben auch kein geld für eine Kiste und es gibt ja etwa in der holen hier ist auch nichts drin äh am drop shop glaube ich ja ja hat einen wiederholt wie lang geht ihr seid halt rum ne hm rauchgranate super hä nimm doch die muni mit ey landet links irgendwo da oben hier war noch einmal muni bisschen geld immerhin hier ist er da ähm ja gut ähm gut ähm guter hitz ja die frage ist naja das war uns häufig vielleicht zum glück zu grün vielleicht mal vormoven wir haben immer noch das hotel die brüge mit dem hotel guck mal die zone jetzt mal ne naja aber aber da ist es halt vielleicht noch frischer start sondern hier ist halt nichts mehr und dann sieht man das vorbei ja 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 richtung schießen so ich sehe nicht ich gehe nicht von wo ich sehe ihn auch nicht doch jetzt ja ich werde auch beschossen aber ich sehe nicht wo sie sind naja das ist immer blöd ich gehe erstmal in die hütte wieder zurück aber wir können eine muni kiste jetzt holen oder? reicht es nicht? 3 ich glaube nicht 3.000 3.000 von links hier oben ich gehe mal aufs ich gehe mal aufs dach oh ja er ist da mal noch genau auf dem marker äh ko genau da jetzt wieder k.o. wieder k.o. wieder k.o. wieder k.o. im rauch geblendet er gehört zu dem k.o. ich habe keine ahnung wo die überall hocken ey ich glaube ich keine platten mehr ich muss jetzt erstmal oh ahne ist nightborne ich brauche auch keine platten mehr plattenkiste holen reicht das geld nicht mal ne zur not holen ein paar eins da noch vorsicht am shop hier das ist das haus da ok eine habe ich noch eine eins hier sind doch keine kisten die neu spawnen ist da scheiße das ist da Käse ist das da ok so sofort aber ein Snipe in der Fresse ja ja das ist die Position noch schlecht oh wieder ein Snipe in der Fresse weg vom Dach ouch hier ist unser Tod wenn denn draufgehen denn jetzt hin sind wir jedenfalls noch mal im guten Abend wollen wir mal das Gebäude anpeilen vielleicht das ist der hier ja 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 hat der loot wenigstens der Bastard ein bisschen ja zwei Platten hat er ja hab wieder eine Platte Vorsicht auch wenn man mehr gibt ne vom Dach wurdest du beschossen von hinten wir müssen hier oben links auf dem Dach ist er ja 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 wir wollen halt alle zum Schuss ich muss keine Minendarm drohen und wenn wir Müll haben vielleicht kriegt man den Typen von mir umdrehen da ist er da auch da sind sie auch noch wir gehen ja nach oben Schildbrake Boah Alter ja gut jetzt jetzt habe ich den nicht aufstützen das Problem ist dann auf Dach ist genau ich habe keine Platten mehr ich habe auch kein Geld mehr wir müssen irgendwie mal weiter das im TK New ständen wenn wir jetzt hier nicht sowieso schon zu spiele hier kannst du noch ein paar strauchen super ich werde da wahrscheinlich abgemacht wir machen uns fertig hier kommen sie hier kommen sie hier kommen sie hier kommen sie gut noch wo was ich war instant tot ich konnte nicht einen hauch der chance zu reagieren und wieder und wieder das geld eigentlich weg möchte weiter ist man einfach weiter naja schon mal plus punkte holt schön mann dropshot und tempos fort ist so eine waffe alter die man eigene marken ist ja lustig mann rumschleicht zum kulak dann hat man eine gute chance ab zum lobby herunter kann also ich glaube da sind sie halt noch die sachen sind so viel geld nicht nicht nischt aber nicht gefährt also im normalen ja sonst wiederholen wir nur 3.000 ich weiß nicht wieviel sie jetzt ist ich werde mal mit gelb landen er mag doch nicht da sind sie schon im gelben marker da auf dem dach ist er da oben ich glaube jetzt wird es schon geschlossen mann das ist hier nix mehr oder was ich bin mir hier einkommen und kann man nimm doch mal die scheiße ab hier wirft jemanden shop ab glaube ich robert werden wir noch geld macht jetzt taktik sprint das kannst du nicht umbelang ich habe gerade mal besten willen doch noch ein präzisionsschlag oder so hier unten sind sie hier unten sind sie hier unten kann den markieren aber das genau kann ja am rand der zone erstmal bleiben aber nicht aber die kommen hier sind das haus an dem haus waren so dass der inneren rand da ist auch schon gesehen habe nichts für das tanz ich kann wir müssen zusammen gehen nicht hier nicht hier kämpfen dann lasst den zusammen angreifen die menschen nicht mehr eine pistole er geht zu pascal ja das wasser drinne vorsicht bei gelb ist er drin ich habe ihn schon gesehen so wohne box ich bräuchte die eigentlich dieses ding hier haben ich habe keine platten mehr wenn ich das einsatz ist dumm rauch kommt jetzt jetzt müssen wir hier durch ich bin neben dir wir müssen raus aber lass mal nichts zusammen weil ich die pistole habe ich muss als letzter eigentlich gehen wenn einer von euch drauf geht da vom hügel vor uns ja ich habe das schnell eingesetzt ich hoffe irgendjemand kam noch zwei teams ja machen wir zweiten platz du kommst nur mit pistole wieder was denn na wenn du gula kommst du mit der waffe wenn du so wieder kommst mit pistole könntest du noch mal landen hier vielleicht da sind da müsste sogar nur drinnen sein ja ja doch scheiß trotzdem das ist mal mitnehmen das ist gut gelohnung im leben haben wir also